Wir kommen so langsam in Festtagsstimmung, aber eine Sache muss ich euch dann doch gestehen, ihr argumentiert falsch. Es ist so, dass die meisten Entscheidungen eben nicht getroffen werden durch Fakten, sondern durch Emotionen. Das können wir gut finden oder nicht gut finden, aber es ist nun mal so, selbst der rationalste Mensch trifft die Entscheidung zu 80% beispielsweise wirklich auf Emotionsbasis und die restlichen Prozente sind selbst nicht sehr faktenbasiert, sondern auch sehr stark emotional abhängig. Wie ihr also richtig argumentieren könnt und Diskussionen gewinnen könnt, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Und als weitergehende Lektüre zu diesem Thema empfehle ich euch Topseller. Wie der Name es schon sagt, geht es hier zwar mehr um den Verkauf, aber es geht auch darum, wie man Körpersprache, Umgebung und weitere Faktoren einsetzen kann, um andere Leute emotional zu überzeugen. Dass so viel von Emotionen abhängt, hat man beim Wahlkampf von Donald Trump gesehen. Ohne jetzt seine Politik bewerten zu wollen, Factchecker haben ergeben, dass sehr, sehr viele seiner Aussagen, einen Großteil seiner Aussagen, um ehrlich zu sein, nicht der Wahrheit entsprechen. Und trotzdem wurde er gewählt, weil er einfach die Gefühle der Menschen angesprochen hat. So, jetzt zwei wichtige Sachen. Erstens, es geht nicht darum, dass ihr keine Fakten haben sollt und nur emotional argumentieren sollt, weil so werdet ihr ziemlich schnell als Hochstapler enttarnt werden. Gerade wenn ihr nicht sehr polarisieren wollt oder eine große Medienpräsenz bekommen wollt, wie Donald Trump, sondern wenn ihr auch im privaten Bereich eure Freunde überzeugen könnt. Denn selbst wenn ihr gute Fakten habt, diese richtig zu verpacken, das ist nochmal eine andere Sache. Und zweitens, natürlich sind auch die ganz faktenbasierten logischen Kniffe sehr wichtig und gehören zum Rüstzeug eines guten Rhetorikers. Dazu kann ich gern auch nochmal ein Video machen. Es geht also heute nicht darum, wie man nur Emotionen erzeugt, sondern wie man aus den vorhandenen Fakten überzeugende Argumente macht, indem man die Emotionalität der Persönlichkeit des Gegenübers mit einbezieht. Aus diesem Buch gibt es ein sehr gutes Modell, wie ich finde, das an sich für den Kaufalltag geeignet ist, das aber auch sehr, sehr spannend ist, wenn man sich mal anschaut, wie emotionale Argumentationen funktionieren können. Und dazu hat Hans-Georg Heusel vier Typen identifiziert. Der erste ist der Dominanzsucher, ist eher so ein Alleingänger, möchte Performance, Stärke, Schnelligkeit. Der zweite ist der Harmoniesucher, so ein bisschen das Gegenteil zu dem. Eher jemand, der in der Gruppe arbeiten will, schon eher im Mainstream mitschwimmen will und halt einfach zum großen Ganzen gehören will. Dann der Balancesucher, der auf Beständigkeit, Treue, Langatmigkeit oder auch generell Langlebigkeit besteht, gerade auch bei Produkten. Und viertens der Stimulanzsucher, der nach Neuem sucht, nach Innovation, nach neuen Wegen und nach spannenden Alternativen. Also eher so ein kreativer Typ. Und daran merkt ihr, warum viele Leute falsch argumentieren. Sie haben vielleicht die Fakten, aber versuchen zu zeigen, wie stark und schnell das neue Gerät ist, das sie verkaufen wollen. Aber im Endeffekt steht vor ihnen ein Harmoniesucher, der gar nicht nach diesen Attributen sucht. Und das ist eben das, was ich euch mitgeben möchte. Schaut euch mal an, wer von diesen vier Typen die Person ist, die euch gegenübersteht. Natürlich hat jeder so alle Elemente so in sich, aber oft sind es wirklich ein Teil oder vielleicht zwei Teile, die sehr, sehr stark überwiegen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann werdet ihr merken, dass es auch sehr gut passt zu diesem Sozialkompetenzvideo, dass man einfach wahres Interesse am Gegenüber zeigen sollte. Und da jetzt auch sehr wichtig, kommen wir zum zweiten Teil. Nachdem wir uns angeschaut haben, wer die Person ist, was sie überzeugt, erstens zu suchen, welche Argumente sie überzeugt und zweitens diese Argumente wirklich gut zu verpacken. Ich möchte mal kurz im Verkaufskontext bleiben. Das könnt ihr natürlich auch auf eure argumentative Situation ummünzen. Ich bleibe mal bei der Situation, dass wir ein Handy haben, das wir an eine Firma als neues Betriebshandy verkaufen möchten. Für Stimulanzsucher könnten wir jetzt sowas sagen wie, unser neues Handy hat neue Funktionen, mit denen ihr mobil eure Sachen sichern könnt. Ihr könnt, während ihr durch die Straßen läuft, Bilder machen, um sie für eure Projekte zu sichern. Ihr könnt mobil zeichnen und Notizen machen, dass ihr eure kreativen Einfälle mobil speichern könnt. Oder für Dominanzsucher, das neue Interface ist viel schneller angelegt und der Prozessor arbeitet 20% schneller, sodass ihr eure Projekte schneller abgeben könnt und in der gleichen Zeit mehr schafft. Für Balancesucher wäre vielleicht sowas wichtig wie, wir haben einmal ein neues Batteriesystem. Diese neuen Akkus halten 10% länger als die der Konkurrenz, so könnt ihr das gleiche Handy länger verwenden. Und wir haben ein neues Antivirus-System, mit dem ihr vor Viren und anderen Schädlingen aus dem Internet sicher seid. Und zu guter Letzt etwas für den Harmoniesucher. Könnte so etwas sein wie, mit den neuen Funktionen bei unserem neuen Handy könnt ihr nun besser in Gruppen zusammenarbeiten. Ihr könnt Gruppenprojekte einfacher realisieren durch die neue Chatfunktion, durch die neue Videochatfunktion und könnt somit auch mit euren Liebsten besser in Kontakt bleiben. Also kurz zusammengefasst, schaut euch erstens an, wer die Person ist. Einer von vier Typen. Dominanzsucher, Harmoniesucher, Balancesucher oder Stimulanzsucher. Und dann zweitens, sucht die Argumente heraus, die für den jeweiligen Personentyp passen und tut sie auch so verpacken, dass sie die eine Personenart ansprechen. Ich hoffe, ich habe euch einen ganz guten Einblick gegeben. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das im Alltag anwenden könnt und ob ihr schon mal Argumentationen hattet, bei denen ihr gemerkt habt, das bringt jetzt gar nichts mit dem zu argumentieren. Er versteht meine Argumente vielleicht gar nicht so richtig. Das könnte einer der Gründe sein. Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare rein. Dann bedanke ich mich hiermit auch fürs Zusehen. Wünsche euch schöne erste Feiertage. Lasst euch schön beschenken. Habt schöne Feiertage mit euren Freunden, mit der Familie. Habt schöne Ferien. Wir sehen uns am Sonntag wieder, denn da gibt es ein spezielles Video. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Jetzt wünsche ich euch wie gesagt schöne Feiertage und kommunikativen Erfolg.